Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Schau jetzt noch einmal die Story. Der schimmelige Folie an. Und so geschah es, dass die Gräfin, die einst im verjüngenden Blut von hundert Jungfrauen badete, lebendig begraben wurde. Und ihr Schloss, das so viele Gräueltaten gesehen hatte, zerfiel zur Ruine. Nur noch ein einziger Turm überragt die unterirdischen Verliese in der gottverlassenen Wildnis wie ein Monument des Bösen. Man glaubt, dass das Vermögen der Gräfin unter dem Klerus aufgeteilt wurde. Doch viele sagen, das meiste sei nie gefunden worden und noch bei den verrottenen Schädeln begraben, die stummes Zeugnis von der Unmenschlichkeit der menschlichen Kreatur ablegen. Die Wörter einfach zu verwendet werden. Okay, das heißt, das ist ein Dun. Das ist der Dun, was wir finden müssen. Alles klar. Das soll auf jeden Fall sein. Also jetzt, schauen wir uns wieder gleich vor. Braust du jetzt irgendeinen Heal? Nein, wie nicht. Okay. Das ist ein Lächerlichen Heal, aber ja. Oh, da war es so ein Dess überhört. What? Holy shit. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. What? Hörttttt. Auf der Vorne und hart weg is super. Ich war gerade gar nicht so vergefühlt. Ich, 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 ich. Panisch im Kreislauf ist viel besser. Du bist eingestammertet Mal healen Hast du einen Ring für mich? Alter, ich habe Sachen gekriegt Ich habe auch eine bessere Schulschule gekriegt Da Ich kriege es ab, kannst du? Nein, das ist alte noch Ich muss es nicht verwendet, zur Sicherheit Ah, geht da, da kriegst du den Guden, dass ich auchste Lore Einhandschaden 4 bis 8 Ist aber, glaube ich, besser als meins Weil meins macht erstens irgendwie nicht zu viel Damage Und zweitens ist es saulangsam Okay, der ist ziemlich broken Actually Nur Totenbeschwörer Was sind das alles für Sachen? Einfach weiter machen Aber wenn man draufholtet und der Heiltränke trinkt, ist es echt gar keine dumme Taktik irgendwie Ja Müsst du sonst noch Ja, weißt du nicht? Kiten oder so? Kiten will man halt Es geht nicht so gut, oder? Ja, moin Ich verliehende das schon Damage von meinem Feuer Ja Ob es eine Fähigkeit Da wo alle ihm das Feuer schon kriegen sollen Ich glaube das ist die Animation, wo ich das sicher, wie viel Damage machte Das macht gar nichts wegen Damage Die sind fast gestorben und alle, dass ich attackiert habe Wie das schon wieder So, das ist ein Zauber Stab Hast du eine Identifikationsrolle? Meistens habe ich auch eine, aber dann habe ich es weg Nahe zur Zeit habe ich eine Shit Da haben wir gleich weg da Ich glaube man muss da echt mehr wegwerfen und anfangen Ja Die Weisen sagen ganz draußen, boole Yes, yes, yes Müsst du mal ab und zu wieder G drucken Das ist einfach What the heck Der Wehrwolf nämlich auch Ja, gerne So ein dünner Lachs Die Items sind mir ein bisschen leichter Ich kann nicht noch mehr tragen Achso und das ist sie Ich wollte sie schon zusammen schlagen Die Geschichte der Welt sind leichter zu sein Das alte Abo Das sind jetzt die genau gleichen Quests von Diablo 2 von damals Wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich schon, oder? Nein, wir sind nicht gut Lord, die waren schon mal hin Ich kann nicht noch mehr tragen Hier, da bist du Wie mit einem pinken Schild Wie mit einem starken Schild Ja Weg ist er Oha Da sind wir hier? Hey, da sind wir aber gar nicht her Ja Da müssen wir aussehen Ah, da sind wir irgendwo Ja, bei unseren Quests sind wir da Oh ja Ganz viele Monster sind da draußen Na, aber wir müssen den Weg mal wieder fertig gehen, gell? Wie wir wollen Ja, wirklich schon Sonst haben wir alles so halb fertig Kennt sich ja keiner aus Ich würde nur D da noch Mitnehmen Geht vor, da Seht nach Nicht immer mehr Meine Fähigkeit ist so nice Die Killtaki Low ist So von Server Das ist nämlich praktisch Ich brauche eigentlich nur dort stehen und im Kreis rennen Irgendwann würden alle sterben, glaube ich Ziemlich sicher Ja Ich schreie immer So ein ruhiges Schrein von meinen Flammen, meine Heiligen Also sie müssen im Radius sein Hey, da ist irgendwo eine gute Waffe Ah nein, ist ein guter Spürer Kaputt Da ist ein guter Speer 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 ist gut He, nur kurz da ein paar Maus zu killen Ich bin so gut und ich speer drüber Ja, was soll ich machen, wenn ich voll bin Irgendwas weg will auf dem Wasser, aber irgendwie Mittlerweile will ich gar nicht so oft schlechter halten Ja, moin Damit kann ich jetzt noch nichts anfangen Damit kann ich noch nicht anfangen, damit wir Der Ra Den müssen wir auf ihn denn, man Nicht identifiziert Einmal Stärke brauche ich, glaube ich, für den anderen Was brauche ich da? Wahrscheinlich auch Stärke Also, nein IC Das ist auch voll nice Das muss ich einfach ausprobieren Das hilft nichts Jetzt habe ich einfach noch mehr Fähigkeiten, die ich nicht verwenden kann Zugleich Ja, bei F8 wieder schon langsam kritisch F7 1 1 1 3 4 5 7 8 4 5 5 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 18 20 21 21 21 du musst da laufen. Da warst du gerade neben mir. Ja, hast du ein Portal geworfen? Nein. Hä? Hier rein einmal im Kreis. Du musst zeigen wo es ist. Du hast mich leichter. Ist es auf? Ja. Einfach wieder im unteren Durchgang. Wir gehen auf in die Ebene zwar. Das Beste ist, Philipp ich mache jetzt eine Reflexion von 330% und Heal jetzt einmal endlich saufruhe. Es kostet zwar ein bisschen mehr Mann aber nicht viel mehr. Nur 0,7 mehr glaube ich. Baffer nur zwei Fähigkeiten. Oh yeah. Viel besser. Jetzt brauchst du einfach nur stehen bleiben. Schau. Das funktioniert alles. Muss aber ausprobieren. Ja wo hast du hier? Also kannst du immer noch ein Aktiv haben, gell? Ja. Deshalb verstehe ich nicht warum ich tausend Auren skillen soll. Ja gell. Wenn ich einfach auch broken habe, was nichts kostet, skillen kann, was jeder kriegt. Ist aber mega broken. Schau mal jetzt da. Jetzt sind die Heal auch gut. Schau mal. Zack. 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 Das spielt gut. Zack. Das ist ein Level 5 oder so. Fertig. Das ist OP für dich. Ich benutze eigentlich gerade keine Schulden. Das ist gut. Das sind alle ich schulde gut. Das ist nicht identifiziert. Ja ich habe auch gut. Aber ich müsste jetzt die Rolle holen. Und ich habe jetzt halt nur Strong Skills. Das heißt, ich würde eigentlich saufruhe Damage machen. Das ist halt alles One-Heads irgendwie. Also würde ich das nächste Mal, wenn es geht, auf jeden Fall sogar stärker spüren, muss ich sagen. Das ist einfach broken. Ich finde Paladin echt nice. Aber nur Aua des Lebens. Ich will das alles mitnehmen, Mann. Ich bin überladen. Geile haben wir weg. Den haben wir weg. Und schon wieder aufgesammelt, wenn man kennt. Ich glaube, ich würde echt mal öfter Heildrängen oder so reinballern. Die Stiefel da wären nice zum Anstehen, aber irgendwie. So eine Verteidigung an die. Ich glaube, ich würde noch ein schlechtere. Weil, weißt du das? Bei mir sind die noch nicht fertig. Ja. Das ist immer schön, wenn du da kommst. Oh, so. Nur Verteidigung, Mann. Schau mal. Aber One-Hit. Bonk. Bonk. Ich will mal einmal Heal lauren, bitte. Ich brauche nur einmal Squirr, weil ich habe nur zwei Fähigkeiten. Das ist richtig praktisch. Oh, das ist echt geil. Das ist mega. Das Mana geht zwar auch runter, aber ich brauche für nichts anderes Mana. Das ist einfach mega. Das war die Etage. Nice. So. Auf einmal in der Stadt. Reden wir mal. Einführung. Guten Tag auch. Ich bin geht und kann euch schon sagen, dass ich euer bester Freund in diesem vermaledeiten Lager bin. Eine Ersatzwaffe. Etwas Gold. Einen kleinen Edelstein. Er braucht nur ein bisschen Gold. Für die Ausrüstung, die ihr für eure Reisen brauchen werdet. Aber, aber, aber. Zwei Tage Garantie. Das ist wirklich lang. Zwei Tage Garantie. Wisst ihr was? Du hast den Du und dich fährst da und nochmal, gell? Der plagt mich auch jedes Mal, wenn ich mich setze. Daneben gegriffen, ne? Irgendwo. Ihr werdet fündig. Sucht nur weiter. Wariv war so freundlich, mich mit seiner Karawane reisen zu lassen. Aber lasst euch nicht zur Suche nach einem neuen Handelsweg in den Osten verleiten. Ich verdiene hier ein Vermögen. Natürlich mit den Jägerinnen. Euch hingegen mache ich immer die besten Preise. Jetzt ziehe ich da auch die ganzen Jägerinnen auf. Von Preis her. Aber uns wieder sicher ein Erfolg geben. Handeln. Okay, er hat auch noch Rüstungen. Eina, der ist halt strong, der Helm. Mein Helm hat 8 Verteidigungen. Weißt du, was sein Helm hat? 22 Verteidigungen einfach. Das ist mehr als meine Brust. Wie funktioniert das Glücksspiel? Glücksspiel. Muss ich da jetzt einfach zum Beispiel... Geht denn das? Einfach das, was er da hat, kaufen und dann kriege ich es. Aber das, was er hat, will ich nicht haben, irgendwie. War nicht nur leichte Rüstung. Die Stiefel werden ganz nice, aber da habe ich schon eine Gold in den. Glücksspiel, ich kann es da re-rollen. Einfach einmal einen Ring. 500... Nein, 50.000 Gold. Easy. Aber wie man es re-rollen, wenn wir es in den da haben, oder was? Nein. Aktualisieren, das kostet nichts. Scherpel. Das würde ich jetzt mal nehmen, oder? Nehmen wir mal einen 1.000. Ja. We-rollen kostet nichts. Kostet für real nichts. Die Scherpel hat jetzt einfach... ...zweil Verteidigung. Das ist weniger, aber dafür ein Damage. Beziehe ich jetzt auf jeden Fallen. Aber irgendwie muss ich sagen, was das die 1.000-Gut nicht wird. So hat für real nicht die 1.000-Gut wird. Aber ich hole mir jetzt den Helm. Der Helm ist einfach broken. Mal auslogen mein Gut. Weißt du, was ich zum Schluss habe? 1.000-Millionen-Gut in der Bank. Und nie was gekauft. Handeln. Schau mal, nicht einfach. Das war nice. Die Lorde repariert sich selber. Robuster Helm der Selbstreparatur. Wie geil ist das? Die Stiefel sind auch broken. Wäre denn der Griddle dabei auch besser gewesen? Wäre besser gewesen. Und? Kostet weniger. Kostet auf 600. Und es hat einfach gleich viel Verteidigung. Und du kriegst auf dem Clems-Rack. Hey, das ist Glücksspiel. Das kannst du in die Donne treten. Ja, ich glaube schon, dass du irgendwie, wenn du Glück hast, du ja schon richtig loser B.S. geben kannst. Alter, der Helm einfach. Der Helm einfach. Ich habe jetzt so einen glänzenden Helm. Ja, kann ich jetzt beim Glücksspiel jetzt da meinen Helm reintun? Oder wie funktioniert das? Verstehe ich nicht, oder? Du hast gesagt, da kann ich so Items reintun. Wo? Ich schaue es nicht. Wo kannst du Items? In das Glücksspiel. Da kannst du keine Items reintun. Achso, der Helm hat es richtig gemacht. Ja, aber der Helm hat es richtig aus. Der hat zwar mega viel gekostet, aber er hat einfach Zwartz und Verteidigung. So. Wo gehen wir denn hin? Ich rede einfach, probiert den Kreis. Der Dächt hat noch Paynearm verkauft. Hä? Der Dächt hat noch Paynearm verkauft. Ja. Sicher so. Der repariert einfach jetzt meine ganze Rüstung die ganze Zeit, alle 33 Sekunden. Und du bist der eigene oder die ganze Rüstung? Ich weiß es nicht. Vielleicht nur der Helm. Jetzt gehen wir Dunkelwald. Okay. Der Dunkelwald. Schau da nur kurz. Wo wir da oben gehen. Der Rechtsdunkelwald ist fertig. Okay. Euer Haut wird härter. Ja, moin. Also Baumkopf Holzfaust. Extra stark, extra schnell. I've used enough broken. You want all my buff? Sie ist halt einfach broken. Das ist der Baum. Tschö, ich könnte dir ein Eisenhut sein. Selbstapparatur. Das ist auch der nur mit 10 Verteidigung. Brauchst du den, Matt? No. Lore. Lore. Ich meine Earth-Verteidigung und dann Skill-Pytopide. Bring Sakara die Infos-Schriftrolle. Infos-Schriftrolle. Ja. Schaut wie ein Rätsel aus. Okay, den Baum da zu kriegen. Wir sind einfach viel zu broken. Wir spielen das Spiel einfach komplett richtig. Für normal. Ich glaube, wir müssten alle nur stehen bleiben. Würden die den Fights schaffen. Er brennt einfach da hinten mal. Ich denke, es ist einfach da hinten. Der Baum ist gar nicht mal wieder auf dem MIP. Wie ist das denn? Einmal wieder. Ah nicht glaube ich. Aber ich bin jetzt eigentlich schon wieder fast zurück. Ich weiß nicht warum es mir so schnull geht. Das ist schon alles, kid. Hm, ich habe ein Amulett glaube ich. Aber das ist nicht so gut, glaube ich. Ist das besser? Ich bin Waller. Boah. Zwei Stärke. Meins gibt Energie und Mana. Aber ich weiß nicht, was Energie bringt. Das Laufen? Nein, das ist Ausdauer. Das ist Leben und das ist Mana. Was ist denn Energie? Energie. Erhöht euer Gesamtmana. Ja, irgendwie ist das schlechter. Kommt mir vor. Ja, das ist doch eine Vortrag in Stärke. So ist das. Er muss dafür stehen bleiben. Aber broken. Dann wurde ich schon mal ein Rhythm. Ich glaube, wenn es da mal Bilder hören schwierig hat, wird es ziemlich schnell schwierig. Ja. Du solltest schon quasi Rüstungen, OP-Rüstungen eingelagert haben. Für... Schon? Du solltest schon mal einfach die Rüstungen sein. Ja, das ist in diesem Level bereit. Dann müsste ja eigentlich immer die Rüstungen, die ich so anhaben, eigentlich einladen. Aber halt nur die Wurden. Ja. schon ziemlich fuhr immer ich schau jetzt aber kurz zum heal krass wieder gehst du auch alles auf die Stärke ich hab gerade nur 60 Stärke, hab noch nichts anderes es gilt ich hab fast alle Stärke ich unaufsichtlicher wurde gar nicht so danke fürs zuschauen, falls euch die upload 2 gefallen hat gebt einen daumen nach oben und bis zum nächsten mal servus bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal